Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge WOMPS REVOLUTION Folge Nummer 9, ne? Lieber André, müsste sein, ne? Ich weiß es nicht, 9 ist auch immer das Geräusch, das ich höre, wenn du verlierst. Also ich sage dann weniger 9 als 9, so wie Windows 9. Hey! 98? Ähm. 99. 99? Och du scheiße, wie steht er denn da? Ähm. Ich glaube, dass... Ich glaube... Ja. Ich weiß schon, was ich mache. Wobei Chrissy steht ja und den Wormwegquiff vergeudet. Ich hasse diese Steuerung. Diese Steuerung macht mich... Oh, fertig. Das wird nichts mehr. Fuck it! Wann! Der vergeudete Wormwechsel, ja. Entschuldigung. Vor allem jetzt hast du zwei Stück vergeudet. Drei. Drei! Insgesamt, äh, zwei Wormwechsel und die vergeudete Reaktion. Das fängt ja schon super an. Nein. Achso, und hallo und herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Oh, eine Flugaktion. Bitte mal genau drauf gucken. Bei mir hätte der Explosionshund gefehlt. Bei mir nicht. Komisch. Ich war jetzt richtig unspechlicher, der. Aber da stehe ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Du stehst da drauf. Ich werde es nicht vergessen. Stimmt, du stehst da eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich würde trotzdem, ehrlich gesagt, lieber... Und damit ist das sein letzter... Ne, sein vorletzter Wormwechsel. Ich würde ehrlich gesagt lieber hier unten erstmal tätig werden. Oh, jetzt kommt er ja immer noch nicht raus. So. Das ist nämlich... Das ist nämlich... Easy. Mach. So. Hat dich ja nur drei Wormwechsel gekostet. Ob sich das so orientiert hat insgesamt? Ich weiß ja nicht. Pack mir doch einfach einen Kuchen auf dem Seat. Das ist das okay. Ich finde das gut. Ich bin sehr zufrieden. Nein, nicht Aksam. Nein, nicht Aksam. Nein, nicht Aksam. Keiner könnte was gegen ihn haben. Jetzt sitzen nur beide da unten im Loch. Kannst du nicht nur meinen Beek verlassen? Oh ja! Boah, ey. Gut, dass meine Würmer da so mit Leben zugeschissen werden. Okay. Okay. Aksam ist dran. Also, er ist dran. Die Frage ist... Oh, ich will das jetzt mal ganz genau. Darf ich das schnell genug... Darf ich das schnell genug? Ich versuche es mal. Oh, oh. Ob das mal gut geht? Okay. Okay, jetzt versuchen wir mal... Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Wieso kriege ich da Fallschaden? Ich bin ins Wasser gefallen. 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 Na egal. Oh, Jan ist dran. Und der kalte Kaffee. Kalter Kaffee. So, pass mal auf, kalter Kaffee. Findest du schon diesen hier? Nein. Reicht nicht. Nein, mach ja dann die Münze, das ist noch dran gekommen. Oh, 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 oh. Nein, was machst du denn? Alter. Oh. Ordentlich Schaden machen. Der kalte Kaffee ist ja auf jeden Fall gar nicht mehr so gut da. Oh, ja. Alles relativ. Ähm, hm. So. Ähm, hm. Ich würde sagen, vielleicht... ...wäre es nicht schlecht, wenn man... ...wäre es nicht schlecht... ...wäre es nicht schlecht. ...wäre es nicht schlecht... ...wäre es nicht schlecht. ...ääh... ...gezielt. Tanz. Bei Chrissy. Juhu. Bei Chrissy. Ah, es wird eine enge Runde. Das, äh... ...geht das. Oh nein! Oh, boah. Perfekt. Mies. Und gleich kommt der Thunders. Ja. Aha. Der Drizzen ist am Start. Hm. Was bietet sich denn mal an? Ähm. Oh, verstand schwierig. Obwohl, wir könnten es mal versuchen. Mal gucken, ob es denn wohl klappt. Nein, das klappt nicht. Meinst du nicht? Nein. Ja, sagst du jetzt. Probier's ruhig. Das ist ein goldischer Wasser einfach. Das klappt nicht. Ich seh das anders. Ich hätte nicht gedacht, dass doch so viel da unten drüberschrappt. Ich muss zugeben, damit hätte ich nicht gerechnet, dass so viel unten drüberschrappt. Ja. Alter, 127 Schaden. Würdest du mich gerade verarschen? Ich bin berüchtet dafür, dass wir uns nicht unerwartet nehmen. Naja. Weil mir recht bin muss. Mein Zweitname ist unerwartet. Beziehungsweise. Ja, genau. Und der dritte Name ist Ausnahmefehler. Ach, warte. Also nur die C, unerwarteter Ausnahmefehler. Was passiert jetzt? Was passiert mit Nattesnall? Nein. Nattesnall. Warte Richtung. Können wir nicht um? Nein. Oh. Sag mal, gut gerettet. Alles geplant. Indeed. Indeed. Okay. So. Ach, guck mal. Er da unten ist an der Reihe. Dass der echt noch lebt, ey. Dass der echt noch lebt. Ach, klar. Ich dachte, der wäre tot jetzt. Und dann hätte ich noch eine Runde Ruhe da. So war der Plan eigentlich. Die sind so schnell nicht tot zu kriegen. So. Oh nein, 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 nein. Fuck. Nein. Sagte er und tötete sich selber. Weißt du, woanders jetzt lag? Ich wollte wegspringen und drückt das falsche Schiff. Ich komme mit dieser Beziehung nach die Störung zurück. Wer auch immer, die sich ausgedacht hat, gehört geschlagen. In meinem Kopf ist Linksschiff und Rechtschiff das gleiche. Deswegen vertue ich mich damit ständig. See you on the other side. Oh, 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 oh. Ei, nein. Oh. 78. Äh, 76. Okay. Ja, das gibt ordentlich Damage, wenn du das mal. Total nicht freundlich. Oh, ja. Schönen wir mal. Ich würde ehrlich gesagt lieber tauschen, aber ich kann es nicht mehr. Jetzt. Ich kann nicht mehr tauschen, deswegen... ...können wir eigentlich... ...so, deswegen kann man eigentlich das tun. Oh, nein. Ja. Warum? Nö, ist sowieso nichts mehr, sage ich mal. Töte Jan, töte Jan. Zack, geht sowieso verloren in der nächste Runde. Bam. Dann, lieber, dann nehm ich lieber deinen mit, bevor du ihn da wegfordest. Wäre der kalte Kaffee jetzt da oben auf dieser Mini-Plattform gelandet, ich hätte so gelacht. Dann reiß ich ihn ein. Meiner wäre sowieso schon tot. Reiß ich ihn lieber mit. Okay, lass mich! Oh, oh, oh. Komm her! Oh, oh. Ei, nein, 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 Chrissy! Und tschüss. Wow, well played. Ja. Und da unten kommt gleich der nächste Wurm schon in Gefahr. Und das ist dein 200er, ja? Ja, ich gerate... Deine beiden 200er. Na, ich hab noch 13 100er. Ich gerate, etwas unter Druck, um es zu gehen. Ja, der Sudden Death hilft mir gerade sehr. Der Sudden Death, absolut, das ist zu deinem Vorteil. Zum Beispiel der 18er Wurm. Wenn der gleich dran ist, dann kriegt er die Hilfkiste direkt auf den Kopf geschissen. Und dann kann ich mit dem da noch rausfliegen. Ah, könnte, was könnten, was könnte denn funktionieren? Ah, was hast du gemacht? Ich an deiner Stille würde, ich an deiner Stille würde ja einfach eine Hole-Leader zu dem 153er reinschmeißen. Let's do it! Er probiert's mit der Banane. Oh, fuck. Ja, klar. Und tschüss, Jade. Und der da oben kriegt 11 Schaden, der da unten 39, weißt du? Das war... Das war die schlechteste Runde, die du je gespielt hast. Wirklich. Mit Abstand. Jetzt krieg ich's doch noch direkt unter die Nase gereden. Ey, ganz ehrlich, du hast in dieser Runde 440 Leben kaputt gemacht. Ja? 440. Ich mach auf YouTube noch viel mehr Leben kaputt. Boah, scheiße. Ah, ich hab mich noch gerettet, ja? Boah, scheiße. Du bist so gut wie tot. Äh, jetzt ein bisschen höher die Banane werfen müssen. Ein bisschen höher nur. Ein bisschen mit der Kraft. Aber ich dachte, ich kann das noch nicht einsetzen. Mit der Kraft. Ich darf nicht hin. Tja. Feier! Hä? Muss ich noch irgendwas tun? Achso. Uh. Hörst du euch da? Ja, der ist jetzt eh weg. Die sind beide weg. Ja, beauty. Oh, ja. Guck mal, das war wenigstens ein Ausgleichs- Move. Versuch. Aber Sky, Sky sieht's nicht gut aus da unten. Sky ist in der nächsten Runde weg. Ja. Da brauch ich mir gar keine Sorgen mehr drum zu machen. Wer ist denn da noch übrig von dir? Außer Sky? Ja, der... Ich hab den Namen jetzt... Ich glaub, der hat das Name jetzt. Mein... Liebe Mottim, Liebe, es tut mir leid. Was kannst du nicht tun? So, nicht die Banana. Hm? Wieso sind... Was? Man kann gleich zwei auf einmal greifen? Nein, du kannst Zeit einstellen. Und ich hätte es tatsächlich auf einer Sekunde lassen müssen. Dann hätte das geklappt. Oh nein. Das Sky ist weg. Natisnal bleibt noch. Natisnal muss uns jetzt richten. Schau mal raus. Na, wie soll das jetzt gehen? Wie soll ich den drei, die komplett über die Karte verteilt stehen, mit einem Schlag? Ja, mit einem sowieso nicht. Du musst dich schon nacheinander ausschalten. Oh, das sagst du so einfach. Nur so als Tipp. Du legst dir vor dir deine eigenen Füße, ne? Na toll. Sie war genauso effektiv wie meine Banane. Scheiße. Ja, dieses... Sieht diese Runde nicht gut aus, um sich zu geben. Ich hab doch gesagt, diese Runde kommt meine Rache. Und sie war fürchterlich. Hart und fürchterlich. Das ist meine. Man... Haben wir doch irgendwas Schönes, womit wir dich ärgern können. Ja, komm. Dann beenden wir den Scheiß. Oh, der Esel. Alter, dieser fuck Esel. Boah, der ist so krass, dieser Esel. Boah, hast du noch nicht mal Schaden gekriegt? Nicht ein bisschen. Ach, kacke. Natisnal ist hartnäckig. Die ist mit allem Wasser angewaschen. Schau dir Blank, Zoe. Ich dachte, ich krieg dich damit jetzt komplett weg. Ne, vielleicht. Ja, jetzt nimmt er auch den Esel. Na klar. So. Um mal so ein bisschen Gerechtigkeit zu schaffen. Ich hoffe, du weißt, dass jetzt der Swarmeter dran ist, ne? Ja. Und selbst wir nicht, ich hab nur ein Wurmwechsel. Komm, ich hab nur ein Wurmwechsel. Scheiße. Scheiße. Damit er die Kisten erst mal. Oh Gott, ist da wohl alles drin ist. Aber nur genau einmal, nicht zweimal. Hm, das war gut geflogen. 15 Sekunden. Höher. Jetzt ist Whisky in der Reihe. Mach's. Oh, 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 oh. Nein. Ach, die Scheiße. Das steht. Hup. What happened? Zeit ist auf Gebrauch. Könnte sein. Okay. Ready for action. Zeit war alle. Das war das Problem. Sie hält sich wacker. Sie hält sich ja wacker. Aber es wird wahrscheinlich nicht reichen. Weil ich hab jetzt gerade noch ein paar schöne Sachen eingesammelt. Machen wir das? Oder machen wir was anderes? Nein, wir machen das. Ich hatte mir... Ah, ich hatte gehofft, er würde vielleicht runtergeworben werden. Also eher nach links fliegen. Als nach rechts. Jetzt kommt der 200er. So. Jetzt aber. See you on the other side. Wow. Aha. Da ist er. Oh nein, auch noch so. Oh nein. Und? Das war wahnsinnig. Das war 7 zu 2. Oh, scheiße. Der siebte Sieg. Oder Brasilien-Deutschland. Das stimmt gar nicht. Ich wette gar nicht. 7 zu 2. Oder? Das war 7 zu 1. 7 zu 1. Nein, fast. Also ich würde sagen, André, du hast noch einiges aufzuholen, ne? Ja. Das wird auch passieren. Meinst du? Mhm. Übrigens bei dir. Meister erlittener Schaden. 865. So. Ja, dann sind wir schon wieder am Ende einer Folge, ne? Ja, das geht immer so wahnsinnig schnell, ey. Krass. Ja, dann. Hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ne? So sieht's aus. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.